Hallo! Glücklich James hat immer Glück. Oh, direkt weg. Ein bisschen eklig. Was hast du denn hier? Fütter es mit. Sieht aus wie Spaghetti. Wir gehen dann gleich wieder zum Auto und desinfektionsgefühl. Komm, James nochmal wo der nach hochkommt. Ja genau, lass ihn hochkrabbeln, lass ihn hochkrabbeln. Genau so wollen wir dich haben. Wollt ihr auch mal? James mit so einer neuen Freundin. Die muck ich wenigstens nicht so rum, ne? Ruhig. Ja, streicheln. Guck mal, die Kamera ist weg. Von wegen, die muck ich rum. Guck mal, der hinten möchte auch so hier gefährt werden. Die große ist aber... Ja, ist doch schon gut. Voll aggro! Wird wahrscheinlich lange nicht, wenn sie trifft. Aber macht ja einen, komm. Der guckt nur ein bisschen heil. Wenn man den anpackt, dann hört der direkt Assi. Das sind aber nicht Kinder und Freunde hier. Guck mal die Zunge! Ich kann was ins Auge bekommen. Lächeln. Süß, ne? Ja. Sieht der sehr ähnlich. Kannst du ein Kind sein? Ja, hier sehen wir die unglaublichen Tiere Afrikas. Live zur WM. It's amazing! Ich geb mir was Futter. Ich werd mal an die anderen müssen. Ich geb mir was Futter. Lenk ihn mal ab. Lenk ihn? Ja, genau. Lenk ihn ab und ich geh zu dem Kleinen da. Umgekehrt. Ja, hier ist noch was. Hier ist noch was. Zu spät. Guck mal, der... Jetzt hat noch was Futter im Fell. Hier kannst du abschlecken. Boah, hast du Augenpupillen, ey. Ich sag ja, der sieht voll gekifft aus. Voll die Reststärkung. Voll die Balken. Der legt mir auch so die Hände. Ja, James dann, ne? Der legt mir auch so die Hände. Ob das Tier lecker sein könnte? James! Der Liegenfisch soll sehr lecker sein. Ja, es sind alle raus. Ist schon leer, James. Es ist lecker. Okay, dann gib uns doch mal ein Statement zum Ziegenfüttern. Ja, es war feucht und ein bisschen eklig. Und der ist high. Der ist high. Auf jeden Fall. Aber nett. Schlägt aber direkt. Was macht die denn jetzt? Guck dir das mal an. Wie geil für eine. Wie geil für eine. Wie geil für eine. Ja, was hat die. Wie geil für eine. Wie geil für eine. Wie geil für eine. Wie geil für eine.